Dietrich von Donau war ein kurbrandenburgischer Obrist und Chef eines Dragona-Regiments, dem Grundstock des Kürassia-Regiments Nummer. Er war der Sohn von Burggraf Christian Albrecht von Donau und dessen Frau Sophie Theodor Gräfin von Holland-Breder-Rode-Wianen. Er übernahm 1684 Dekasekundenleib Dragona-Regiment, das 1672 durch der Obristen Joachim Ernst von Grumpkow errichtet wurde. Es hatte auch den Namen Küchen-Dragona, da es zur Begleitung des Hofstaates eingesetzt wurde. Der Oberst zog mit dem Regiment nach Ungarn als Teil der Brandenburger Unterstützung für den Kampf des Kaisers gegen die Türken. Der Oberst starb bei der Belagerung von Ofen an einer schweren Verletzung, die er sich am 3. Juli zugezogen hatte. Bei dem Sturm war auch der spätere Feldmarschall Dubislav Gneoma von Nazma schwer verletzt worden. Kurz zuvor, am 3. Juli, war bereits sein älterer Bruder Karl Emil als Kurbrandenburgischer Oberst und Kommandeur des Infanterie-Regiments Barfuß bei Ofen gefallen.